Die Stille war vollkommen. Es war das Schweigen der Berge, das er so gut kannte, und das doch immer noch imstande war, sein Herz mit Angst zu füllen. Es war das Schweigen der Berge, das er so gut kannte, und es war das Schweigen der Kunst, das ich kennenlernte, und das immer noch imstande ist, mein Herz mit Angst zu füllen. Und genau aus diesem Grund freue ich mich, wenn ich Sie am 15. oder am 16. Juli zu Robert Seethalers ein ganzes Leben begrüßen darf. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020